. Lara. Was machst du hier? Ich gehe gerade ins Lüge in London. Was machst du hier? Ich habe ein bisschen. Und du? Wie hast du? Ja, es geht so. Es ist momentan ein bisschen scheisse. Meine Katze ist im Spital, also im Tierspital. Weisst du, sie hat Fieber. Meine Mutter ist jetzt die ganze Zeit am Schauen. Wie viele Katzen. Momentan auch im Büro. Es ist voll der Scheisse. Der Chef ist die ganze Zeit gereizt. Sie ist mich am Mobben. Ich schieße mich langsam nach. Hast du irgendwie Zeit? Ich weiss nicht, wer hat Zeit? Hey, sorry. Ich muss gerade mal live. Tschau. Ich schieße mich langsam an. Ich komme langsam an. Lights zu an für dich下去.